Wenn ich dich jetzt so aus dem Nichts fragen würde, was ist es denn, was du schätzt an der Kunst? Es ist die große Frage. Und wir machen uns ja zum einen immer auch wieder ein bisschen lustig über diese Frage, weil sie ja natürlich viel zu groß ist und sich ganz, ganz viele Leute daran versuchen, das zum Ausdruck zu bringen. Was kann Kunst? Was ist wirklich an der Kunst dran? Trotzdem eben dann in ernsteren Momenten versuchen wir uns dann diesem Mysterium wieder anzunähern. Für mich ganz klar, sie rettet mich immer wieder. Kunst ist für mich so ein Rettungsanker. Es gibt Songs, die können meinen Tag retten. Einfach fünf Minuten ein Stück, ein Werk, einen Song hören und das holt mich raus.